1 zu 1 in Wolfsburg, 1 zu 1 in Eindhoven. Kevin, spielerisch liegt einiges im Argen beim BVB aktuell. Schon wieder im Krisenmodus angekommen, die Schwarz-Gelben? Spielerisch ja, ergebnistechnisch geht es dann noch. Gerade das 1 zu 1, glaube ich, aus Eindhoven kann man dann ganz gut mitnehmen, weil es für das Rückspiel alles offen lässt, das Zustandekommen, klar, durch den diskussionswürdigen Elfmeter und so, ist dann vielleicht ein bisschen unglücklich. Spielerisch hatte man aber eindeutig nicht mehr verdient, das war zu wenig dann. Und Wolfsburg haben wir dann schon, glaube ich, ausgiebig analysiert. Und Borussia Dortmund hat sich spielerisch nach wie vor nicht gefunden. Dementsprechend hakt es da doch noch an einigen Ecken und kann. Da kommt es jetzt vielleicht ganz gelegen, dass mal wieder ein Heimspiel ansteht. Gegen Hoffenheim, die ja auch in diesem Jahr sehr überschaubare Leistungen bringen. Ich glaube, es hat acht Spielen auf den Sieg warten. Trainer Matarazzo auch ordentlich in der Kritik. 1 zu 1 dann wieder wahrscheinlich, ne? Da ist ein Krisenmodus, würde ich sagen. Deutlich eher als hier bei Borussia Dortmund, zumindest von den Punkten her. Ja, TSG haben wir schon zweimal erlebt in dieser Saison. Ich durfte beide Spiele sehen. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Allerdings, wer jetzt? Die TSG dann in dem Fall. Borussia Dortmund zu Hause. Ich glaube, das ist dann schon immer nochmal ein anderes Gesicht mit den Fans im Rücken auch. Darauf bauen sie natürlich auch beim BVB, dass sie sich über diese Heimspiele irgendwie was zurückholen, was so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist die letzten Wochen. Dementsprechend gehen sie jetzt schon recht positiv in das Duell und ich muss ehrlich sein, ich auch. Lass uns nochmal bei der Stimmungslage ein bisschen bleiben. Du hast jetzt Heimspiele oder das Heimspiel gegen Hoffenheim dann zweimal auswärts. Bei Union und Bremen sind eigentlich Mannschaften, die da ja eigentlich, ja, neun Punkte sind möglich. Aber danach wird es dann sukzessive schwieriger mit dem Rückspiel Eindhoven und dann kommen die dicken Brocken mit Stuttgart, Leverkusen, Bayern, Leipzig. Wo steht der BVB aktuell? Große Frage, will ich jetzt auch eine große Antwort? Auf Platz vier. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Stark analysiert. Man kann es nicht greifen. Also nach wie vor findet sich da keine richtige Linie durch diese Saison und du musst natürlich diese Spiele jetzt auch mitnehmen. Du musst die Punkte sammeln, weil ich glaube dann, wie du es angesprochen hast, wenn die dicken Brocken kommen, da haben sie sich auch in der Hinrunde extrem schwer getan. Es war ja dann eben die Phase, wo dann die Krise, die wirkliche Krise dann auch ausgebrochen ist, weil dann eben nicht nur das Spielerische zum Teil auf der Strecke blieb, sondern eben auch die Ergebnisse ausblieben. Dementsprechend musst du natürlich versuchen dann mit Eindhoven, mit einem guten Gefühl, mit ein paar Punkten jetzt aus den Spielen dann heraus zu gehen, um dann tatsächlich auch mal in solchen Top-Duellen zu bestehen, weil das haben sie in dieser Saison überhaupt noch nicht geschafft. Ja, man hat den Leverkusen Punkt geholt, den hat man sich aber auch wirklich... Da weiß man, bis heute nicht wie. Den hat man sich ja gaunert auf irgendeine Art und Weise. Das war ja unfassbar. Ich glaube, sie haben einmal aufs Tor geschossen, der Ball war drin nach zwei Minuten. Das war mehr oder weniger eine Frechheit, dass es dafür einen Punkt gab, muss man ganz klar so sagen. Und ich glaube, die Frage kannst du mir dann wirklich noch mal so in sechs Wochen stellen, wenn wir dann wirklich mittendrin sind in dieser heißen Phase der Bundesliga und natürlich auch des anderen Wettbewerbs. Bis dahin ist das Wetter hier auch, glaube ich, hoffentlich mal ein bisschen besser. Gerade ist die Kamera schon einmal hier weggeflogen. Wir hoffen, jetzt hält sie. Wir haben uns extra einen Praktikanten rangeholt, der das Ding festhält. Wer nicht tut. Er isst ja lieber seinen Apfel. Er greift aber im Fall der Fälle schnell ein. Dann lasst uns kurz mal einmal zum Personal kommen, bevor wir noch zwei, drei andere Personalia besprechen. Ja, ein Ausfall, ein Fragezeichen. Aber im Großen und Ganzen sieht es eigentlich halbwegs okay aus. Ja, machen wir einmal die ganze Rutsche. Felix Metzscher, Sebastian Alleyer ist klar. Dann Gregor Kobel, das hat er sich auch schon angedeutet. Hat ja aus dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg so ein paar Problemchen mitgenommen. Ist ja dann kurzfristig ausgefallen für die Partie in Eindhoven. Und jetzt ist auch klar, er wird nicht gegen die TSG Hoffenheim im Tor stehen. Ist auch noch fraglich, ob es dann für Berlin reicht. Ich glaube, das ist das klare Ziel, ihn bis zum Rückspiel gegen Eindhoven dann fit zu bekommen. Dann gibt es ein kleines Fragezeichen hinter Niklas Süle. Ebenfalls kurzfristiger Ausfall in Eindhoven. Da war es dann krankheitsbedingt. Ist noch nicht wieder bei 100 Prozent. Hat auch nach unseren Infos heute nicht trainiert. Morgen hat man ja noch einen Tag. Vielleicht wird es dann was. Aber glaube ich nicht unbedingt direkt ein Kandidat für die Startelf. Zurückkehrt Karim Adeyemi. Der ist dann jetzt auch wieder so im Soll, dass er zumindest in den Kader rutschen kann. Felix Metzscher. Da haben wir noch so ein bisschen perspektivisch heute raushören können, dass es dann ab Montag wieder zurück zur Mannschaft geht und er nicht mehr individuell trainieren muss. Und dann gibt es tatsächlich noch einen Ausfall, der über mehrere Wochen sich ziehen wird. Das ist der von Samuel Bamba. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für die BVB-Profis so von großer Bedeutung in der aktuellen Situation, wo dann auch die Spieler zurückkommen. Aber für die U23 natürlich bitter. Und auch für ihn persönlich hatte sich ja dann hier jetzt auch den einen oder anderen Profi-Einsatz erarbeitet. Für ihn jetzt ein Rückschritt, Muskelfaserriss, wird mehrere Wochen fehlen. Gut, dann haben wir das Personal abgefrühstückt. Dann gucken wir nochmal auf zwei, drei Spieler, die aktuell im Fokus stehen. Erster Linie Emre Can. Kriegt aktuell viel Kritik ab. Meiste auch zu Recht, muss man sagen. Auch zu Recht, muss man definitiv so sagen. Man hat in den vergangenen Wochen häufig sein fehlendes Engagement, auch seine fehlenden Fähigkeiten im Spielaufbau bemängelt. Mittlerweile ist leider auch zum Problem geworden, dass die defensiven Aufgaben nicht mehr funktionieren. Also er wirkt ja jetzt gerade auch in Eindhoven mit vielem überfordert. Da hakt es an vielen Punkten tatsächlich. Ich glaube auch, dass er den Tersisches wahrgenommen hat. Ich würde jetzt sagen, dass er gerade auf meine Frage bezüglich Emre Can dann auch so ein bisschen versucht hat, natürlich ihn in den Schutz zu nehmen. Aber hat dann auch schon gesagt, er steht halt mit auf dem Platz und er muss Teil dieser Lösung sein, dass es eben bei Borussia Dortmund dann auch besser läuft. Keine einfache Situation für ihn. Ich glaube, ihm wird auch nicht gefallen haben, dass gestern Toni Kroos seine Rückkehr bekannt gegeben hat in die deutsche Nationalmannschaft. Vielleicht hat sich Emre Can da auch trotzdem noch so ein paar Resthoffnungen gemacht auf die EM. Als Nationalspieler des Jahres. Als Nationalspieler des Jahres. Das ist jetzt glaube ich auch erst mal vom Tisch durch diese Nominierung des ehemaligen Nationalspielers. Also jetzt ein neues Nationalspieler ist dann wieder. Also keine einfache Situation für ihn gerade. Man muss aber einfach ganz klar sagen, er trägt die Binde. Also da brauchst du jetzt Verantwortung. Da muss er vorweg gehen. Der muss an sich arbeiten, in allen Bereichen tatsächlich und deutliche Steigerungen zeigen. Er hat aktuell noch so diesen kleinen Vorteil, dass er irgendwie doch dann trotzdem der beste Sechser im Kader ist. So richtig Druck von hinten mit Salih Ötcan kommt nicht. Felix Metscher fehlt natürlich. Marcel Sabitzer kann die Rolle dann in dem Fall auch nicht richtig auskleiden. Und ja, trotzdem muss da deutlich, deutlich mehr kommen. Ja, zweiter spannende Personal hier oder immer ein Thema, über das man beim BVB spricht, das ist an der Rückkehr. Jadon Sancho. Ja, die Anfangseuphorie ist so ein bisschen verflogen. Aber wenn man es realistisch rückblickend betrachtet, es ist jetzt so gekommen, wie man, oder wie es sehr wahrscheinlich war, dass er jetzt hier nicht die Sterne vom Himmel spielt, sondern ja, ist auch viel Arbeit dabei. Viele Sachen, die früher locker von der Hand gingen oder vom Fuß, die klappen aktuell nicht. Macht natürlich trotzdem immer noch Spaß, wenn er den Ball gut runternimmt und so die ersten zwei, drei Schritte dann auch passen und gut aussehen. Aber ja, man merkt ihm an, dass er lange, lange Zeit keinen professionellen Fußball gespielt hat, viel für sich individuell trainieren musste. Es sind diese Anpassungsprobleme, die du dann natürlich auch wieder hast hier in der neuen Mannschaft, auch wenn er natürlich viele Abläufe, viele Leute auch schon kannte hier in Dortmund. Ist das dann trotzdem nochmal was Neues nach so einer langen Pause? Und du hast es gesagt, er befindet sich jetzt genau auf diesem Level, wie wir ihn eigentlich alle erwartet haben, dass er diese erhoffte Kompletthilfe sofort ist. Damit konnte man einfach nicht rechnen, da konnte man noch nicht von ausgehen. Da sind sie, glaube ich, auch bei Borussia Dortmund nicht von ausgegangen, wenn sie ehrlich sind. Ein bisschen träumen durfte man ja. Träumen durfte man und natürlich wird es dann auch befeuert. Erste Spiel, Spiel fünf Minuten, legt auf den alten Kumpel Reus rüber und dann könnte natürlich so ein bisschen was entfachen. Aber man merkt natürlich, je länger er auf dem Platz steht, desto müder, desto schlapper wird er auch. Auch in Eindhoven, finde ich, hat man das dann auch relativ früh schon gemerkt, dass so die Luft raus war. Gerade für die 1 gegen 1 Situation, weil er dann doch früher derjenige war, der den Gegenspieler auch mal gerne hat stehen lassen. Das fällt ihm alles aktuell schwer. Trotzdem kann ja Borussia Dortmund natürlich noch viel geben. Sie sind jetzt erstmal froh, dass er wieder beschwerdefrei ist. Das war ja auch noch so ein kleines Thema, muskuläre Probleme. Ja, aber man kann jetzt inzwischen Fazit ziehen und sagen, es ist alles so gekommen wie befürchtet, muss man leider sagen. Und es ist noch nicht der Jadon Sancho, wie wir ihn alle kennen aus der alten Dortmunder Zeit. Gut, und zum Abschluss sprechen wir noch über den Trainer, Edin Terzic. Weiterhin, ja, im Mittelpunkt der Kritik, die ja auch von extern oder auch von den Fans kommt. Und ja, wir sind ja auch durchaus kritisch, gibt ja auch viel Anlass dazu. Wie nimmst du ihn aktuell wahr, auch was so Einwechslung angeht. Da gibt es ja auch viel Kritik, dass das sehr immer destruktiv war und eher defensiv. Und den Eindhoven dann irgendwie, gut, das 1-1 gibt ihm jetzt recht, weil es ein gutes Ergebnis ist für ein Achtelfinal hinspieler auswärts. Aber so im Großen und Ganzen, so dann so ein Impuls, so wir sind ja BVB, wollen nicht sie noch gewinnen, auch Wolfsburg. Muss er sich da auch Kritik gefallen lassen? Er muss sich Kritik gefallen lassen. Er muss sich auf jeden Fall Kritik gefallen lassen, was diese ganze Thematik spielerische Fähigkeiten angeht. Er schafft es offensichtlich auch mit dem neuen Trainerteam zusammen, aktuell noch nicht, da eine klare Idee zu hinterlegen, die dann auch umgesetzt wird, so wie er und sich sein Team das auch noch vorstellt. Das ist ganz klar. Ich weiß gar nicht bei den Auswechslungen oder Einwechslungen, ob ich ihn da nicht vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen wollen würde. Wenn ich mir die Bank in Eindhoven angucke, ja, da saß noch ein Jamie Baino Gittens, da saß noch ein Samuel Bamba. Aber bitte, liebe Fans, wenn sie die eingewechselt hätten, ich glaube, da hätten sie ihn jetzt auch nicht für gefeiert. Also da konnte er jetzt auch nicht richtig viel bringen. Bei Baino Gittens, muss man ja sagen, für einen Konter wäre der natürlich dann gut gewesen. Aber es war ja auch in der zweiten Halbzeit dann auch fast nur Defensivarbeit gefordert. Die ist bei ihm jetzt nicht so sonderlich ausgeprägt. Das ist genau das, was ich meine. Und da musst du halt Risiko auch so ein bisschen abwägen. Nehme ich jetzt hier diesen Punkt mit und setze dann alles aufs Rückspiel oder wechsle ich halt wirklich nochmal offensiv? Punkt gibt es im Achtelfinale noch nicht, aber wir gucken mal. Für das Unentschieden, ja. Jetzt hast du mich aus Gott sei Dank gefasst. Ja, das wollte ich auch. Was wollte ich denn sagen? Ja, es sah natürlich am Ende dann bitter aus. Du nimmst Jadon Sancho raus, du nimmst Daniel Mahlen raus und bringst den Mahlwes Wolf und Salih Ötjan. Du hast mit Julian Brandt und Jusuf Amokoko, glaube ich, nur noch zwei gelernte Offensivspieler auf dem Platz. Das ist schon bitter. Das ist aber jetzt nicht unbedingt bitter, weil Edin Terzic so wechselt, sondern es ist dann auch bitter, wenn man sich dann einfach die Kaderstruktur anschaut. Ich habe es ja jetzt nur mal so kritikmäßig. Das ist ja so ein Argument, was von vielen Fenstern kommt. Wie kann man so wechseln? Eben, man kann so wechseln, wenn man auch nur das zur Verfügung hat. Das muss man eben auch dann dazu sagen. Das gehört zur Wahrheit eben auch mit dazu. Da müssen sie einfach komplett dann im Sommer nochmal umstrukturieren. Also da brauchst du neue Leute, dass du auch von der Bank mit Spielern 15, 16, 17 richtig Qualität auch bringen kannst. Und die fehlt halt meiner Meinung nach im aktuellen Kader. Und dann kommt das raus, was wir gerade alle sehen. Trotzdem, keine Frage, Edin Terzic geht als Trainer voran. Er steht in der Verantwortung für den Fußball, den Borussia Dortmund spielt. Für den Fußball, den Borussia Dortmund auch eigentlich leben muss. Und da fehlt es mir gerade an vielen Dingen. Vor allem dieses Feuer, was man da noch spürt. Diese Euphorie, diese Freude, die man ja eigentlich von Borussia Dortmund kennt, wenn sie einen Ball haben, wenn sie kreieren können. Wenn sie auch von den eigenen Fans spielen und feiern wollen. Also da ist schon viel Arbeit noch. Dann gucken wir mal, ob gegen Hoffenheim da vielleicht ein kleiner Schritt nach vorne gemacht wird. Oder seitlich oder schräg diagonal. Ein ganz kleiner Schritt nach vorne war das definitiv. Oder vielleicht mal, ich glaube, damit könnten alle gut leben. Weil wieder ein richtig torreiches Heimspiel. 4-5-6-0 hatten wir länger nicht mehr. Ja, das klingt ja auch immer so, wenn wir hier stehen, als würden wir uns darüber freuen würden. Das ist ja nun wirklich nicht so. Ich würde auch lieber am Sonntag ins Stadion fahren und nachher über einen 4-0-Erfolg berichten. Als das dann wieder so aussieht, keine Ahnung, 1-1 oder ein knappes 1-0. Aber du bist spielerisch nicht überzeugt, wird mir auch deutlich mehr Spaß machen. Müssen wir abwarten, wie es am Sonntag aussieht. Die Mannschaft hat es in der Hand. Und damit auch der Hinweis bei uns auf der Homepage. Alle Infos rn.de. Kader am Sonntag, U19 spielt, U23 spielt Samstag in Unterhaching. Also das volle Programm. Abo abschließend lohnt sich immer. Wir freuen uns aufs Spiel. Bis zum nächsten Mal.